So. Ich hab was für dich, Liebster. Ein Geschenk. Spielzeuge. Sie warten auf dich. Uh, Spielzeuge. Ist das, was ich denke? Bestimmt nicht. Es ist kein Lego TIE Fighter. Aber was ist sie dann? Führe sie zum Pier. Demutige sie, aber töte sie nicht. Nicht. Ich will sie erst jammern und weinen sehen. Na gut. Einen der Gefangenen beschießen, damit sie laufen. Lauf. Geht das denn nicht schneller hier? Mehr Tempo. Na. Sie greifen an. Überwältigen sie die Gefangenen. So. Ja, verdammt dumme Idee. Werfen die mit Stein, die Schweine. Mich provoziert man nicht. So. Es läuft. Lauf oder stirb. Deine Entscheidung. Genau schneller. Ich mach aus euch gleich die Grillspieß. Mit dem Elektrogrill. Den ich immer dabei habe. Ich mach dich fertig. Mach ich wirklich. So. Und jetzt. Oh go. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Denkt dran. Ich kann euch auch foltern. Foltern macht nur dem Folterer Spaß. Schneller. Die werden schon wieder aufmüpfig. So. Los, lauft. Was an lauft, habt ihr nicht verstanden. Ist hier das Auto im Weg? Ist hier das Auto im Weg? Geht doch. Plötzlich können sie lernen halt, um das Auto herumzulaufen. Gut so. Weiter so. Und jetzt schneller. Ich sagte schneller. Sehr gerne. Na gut. Nehmen wir immer noch. Widerständlich. Das ist ja schon widerspenstig, diese Mistinger. So. Noch mehr Strom. Und jetzt weiter mit Stein werfen. So. Ich brauche Strom. Ich brauche nur mehr Strom. Scheiß Telefonsolle. Geht zu teuer. So. Einen haben wir noch. Der versteckt sich. Er hat Angst. Ich kann es riechen. So. Arsch tritt in die Fresse. Zum Abschied. Geht doch. Geht doch. So. Wieder erfolgreich was geschafft. Ja, vielleicht. Vielleicht hole ich mir aber auch erstmal da oben so eine Scherbe. Und da eine Scherbe. Und ein Audiolauchwerk spüre ich auch. So viele Möglichkeiten. Komm, ich will da weiter hoch. Stunde später. Wie hoch ist denn dieses Gebäude? Aha. So. Wir gehen erstmal das Laufwerk holen, weil es hier gerade in der Nähe ist. Bevor ich hier nochmal hochklettern muss. Was ist denn das? Ist das jetzt da unten? Glaube ja. Hol ich mir aber nochmal ganz kurz die Scherbe hier. Ich höre es. Aber ich sehe es nicht. Da. Tonaufnahme von Kessler folgt. Experiment Nummer 34J. Platziere normal großes Rattenmännchen in einem Bleibehälter. Und Strahlenkugel in einem Extra-Raum, neben Test-Subjekt. Alle vorherigen Experimente führten zum sofortigen Tod des Subjekts. Schließe den Deckel. Aktiviere die Strahlenkugel. Strahlenkugel rotiert abwärts. Und... Halt! Höre, wie Subjekt sich bewegt. Unglaublich! Sie kann fliegen! Verdammt! Schieß! Erschieß sie! Joa, soviel dazu. So, was haben wir denn hier? Oh nein! Joa, das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. Aber keine dummen Dinge. Hm. Ich könnte ihren Bruder retten und die Scherben opfern. Oder ich überlasse ihn den Dustmen. Und dann gehören die Scherben mir. Gehen wir aus dem Weg. So. Und was ist das für ein anderer gelber Punkt da hinten? Das heißt, hier haben wir dann die Scherben, ja? Meins! Easy. Als ob ich hier jemanden rette. Wer bin ich denn? Ich meine ja nur. Könnte jeder kommen und sagen, hey. Hellenhaft wie ich bin, rette ich hier jeden und alles. Ich weiß nicht mal, warum ich das tun wollen würde. Ja. Ich würde es wieder tun. Als ob ich mich entschuldige. Jetzt kann er hier wieder... ... ... Weg. Weg. Ich brauche Strom. Ja, oh, die muss ja weg. Ähm, machen wir nochmal eben schnell die hier. Bevor ich dann jetzt in eine Aufnahmepause dann gehe. Und dann... Mal gucken. Oh, hier ist noch ne Scherbe. Ähm, ja, da ist ne Scherbe. Ist ja... Ne? Einfach hinklettern. Woah, jetzt kommen sie wieder mit Rocket Launch an. Soviel zu dem, einfach hinklettern. Jo. Schön, dass wir darüber geredet haben. Hab ich schon gesagt, ne? Einfach hinklettern. Jetzt sind wir hier bei Nebenquest. Dann machen wir halt die Nebenquest. Ach. Der krank's wieder. Okay. Überwachungsgeräte eliminieren. Haufen wir mal, dass es kein sonderlich schwieriges... ...Gebäude ist. Okay. Geil. So, alt. Da bin ich gerade an einem vorbeigesprungen. Zack. Nein, das war zu hoch. Oh, danke. Auch das schaffen wir schon noch. Ja, wir wollen ja nicht hier... ...überwachung... ...von Menschen. Das muss ja nicht sein. Die sollen krank werden durch schwarzes Teer und sowas. Aber also wachen... ...ja, ne. Muss ja keiner haben. Nein, du sollst da runter. Da runter. Da runter. Danke. Okay. Da erledige immer so ein paar Webposts, die meinen, sie sind besser als ich. Müllmänner. Kacke. Ich brauch Strom. Da ist nur ne Lampe, aber ich krieg keinen Strom. Ich liebe es. Was ist das für ne Leiter? Ja. Komm, Ränder. Ja, 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 ja. Puh, okay. Hier ist eh niemand, ne? Also das Ding hier unten. Da. Huiiii. So. Irgendwer schießt auch da drüben, aber ich seh es nicht. Okay. Ist an der Gebäudeseite hier noch irgendwas? Ich seh es nicht. Da ist was. Geht er hoch. Na 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 na. So. Noch fünf. Wie er manchmal auch einfach zu weit springt, ne? Traum. Ja. Bleib liegen. Nein. So. Es wird weniger. Hallo. Noch zwei. Bei. Hier ist aber keins dran, ne? Wenn das hier immer so gut leuchtet. Dann will man mal das Gebäude hier runter gucken. Und so kommt da irgendwo was ist und was ist. Man wird angeschossen. Von allen Seiten. Man weiß gar nicht von wo genau. Ich und Shooter halt. Krieg doch da nix mit. Aber wirklich Schüsse von allen Richtungen. Da ist eins. Das andere ist auf der anderen Seite. Ich seh es nicht. Was soll hier irgendwo sein? Ach da. So. Easy. Okay. Haben wir das. Dann. So. Würde ich sagen. Begebe ich mich jetzt an einen ruhigen Ort. Versuche dann dort zu speichern. Und dann begebe ich mich in eine Aufnahmepause. Muss nur erstmal hier einen einigermaßen ruhigen Ort finden. Nicht, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich mich hier einlogge, erstmal sterben muss. Weil wegen 500.000 Gegner sind um mich herum. Das muss nicht sein. So. Ja hier. Hier bin ich mitten auf der Straße. Sehe dann beim nächsten Mal vielleicht. Hey da ist eine Blitzscherbe. Oder Explosionsscherbe. Das ist auch mal eine Quest. Obwohl wir haben auch noch eine Nebenquest. Die müssen wir noch machen. Ja. Genau. Und von hier aus. Geht es dann weiter in der nächsten Folge. Von Infamous. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis denne.